Du hast den Verstand verloren, du bist wahnsinnig. Ja, stimmt! Attractive. Wenn du mir nicht helfen willst, warum hast du mich nicht längst verladen? Verlassen? Das hätte ich tun sollen, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Das ist der Messerfinger. Das ist das Video. Ich bin jetzt völlig bescheuert. Welche... Du hast vergessen, dass ich die Tochter meines Vaters bin. Wir gäbten. Kannst du mir vertrauen? Ne. Ja. Doch, doch. Nicht gut. Also... Scheiße! Was? Stabil, das Ding. Ansgar? Nein, jetzt habe ich es falsch. Ich habe es nicht probiert. Ich bin mir zu. Oh! 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 Damit ich mir endlich mal einen ruhigen Drehort leisten kann. Hmmm... Die Rüßchen nach Gäschbettel. Das ist ein Arschloch. Den Menschen da geht es nämlich dreckig. Hingegen... Besorgt mir das. Das war jetzt wirklich beschissen. Wie stellst du dir das vor? Das war... Nein, das war halt schon. Wieder zurück. Ich hab nichts gemacht. War mein Ansgar eigentlich kein Kaffee geklickt? Schönen Abend euch beiden. Schalter, du machst mich fanny. Schalter, du machst mich fanny.